So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicker, eine neue Folge Pokémon GO, eine Infofolge. Normalerweise wäre heute ja Raid am Mittwoch dran, die Highlights der Woche und der Schocker der Woche. Aber weil gestern so viele News zum GO-Fest verkündet wurden, inklusive Shinies, Habitate, Boni, zu allen drei Städten, wo man vor Ort spielen muss und auch zum globalen GO-Fest, möchte ich heute dieses ausführliche Video machen. Vorher drücke ich hier aber mal auf F11, damit das Bild größer wird und die Balken oben verschwinden. Dann sage ich Tschüss zum Maskottchen Giratina, du musst jetzt mal weg, sonst denken die Leute wieder, du bist beim GO-Fest ein Teil von und du stehst in den Raids, aber das stimmt ja gar nicht. Und meinen Rahmen möchte ich wegmachen, der euch ablenkt, damit ich immer noch da bin, aber ihr einfach mehr vom Bild auch seht. Pokémon GO-Fest 23. Wir reden jetzt erst über das Globale, weil das halt jeden betrifft, der dann eben auch ein Ticket hat. Und dann die drei Städte, London, Osaka, New York City. Wer da noch Interesse hat, darüber sich zu informieren, der bleibt also dran. Aber erstmal für euch das Wichtigste vorneweg. Hier sehen wir ein Diamant-Pokémon, wo ich den Namen wieder nicht weiß, weil ich das auch gar nicht kenne. Ihr kennt das. Dian-C oder so heißt das, glaube ich. Pokémon GO-Fest 23. Es wird also ein mysteriöses Glimmern ist zu sehen. Dian-C gibt sein weltweites Debüt. Nachdem das mysteriöse Pokémon Dian-C Auftritte in London, Osaka und New York hingelegt hat, gibt es am ersten Tag des globalen Festes sein weltweites Debüt. Ticket-Inhaber können die exklusive Spezialforschung abschließen, um mehr über das Edelstein-Pokémon zu erfahren und ihm zu begegnen. So. Heißt ja schon wieder, ohne Ticket kein Dian-C. Und die in den Städten kriegen das natürlich jetzt schon eher, ihr global kriegt das dann danach. Wie wir wissen, ist es meistens aber so, dass selbst die Sachen, die beim GO-Fest mal released werden, das erste Mal später auch für alle erhältlich werden. Ihr müsst also nicht unbedingt dafür ein Ticket kaufen. Ich denke ganz fest dran, dass das später auch noch verfügbar sein wird. Hier kann man umschalten auf eine andere Seite. Ein glanzvolles Ereignis steht bevor. Rokara gibt sein weltweites Debüt. Wenn ihr bis zum 5. Juli ein Ticket für das globale GO-Fest erwerbt und zwischen dem 21. Juni und 5. Juli spielt, erhaltet ihr eine befristete Forschung, bei der als Belohnung eine Begegnung mit Rokara winkt. Ihr könnt zu den ersten gehören, die diesem besonderen Pokémon begegnen, das wie Dian-C der Kategorie der Edelstein-Pokémon angehört. Ihr alle könnt während des weltweiten Events am 26. und 27. August außerdem Rokara begegnen, wenn ihr Feldforschungsaufgaben abschließt. Das heißt auch hier müsstet ihr kein Ticket erwerben, weil in den normalen Feldforschungsaufgaben das dann auch drin ist beim globalen Fest. Ihr könnt es aber vorher schon bekommen in der Forschung, wenn ihr euch das Ticket holt, als zusätzliche Forschung, als Frühbucherrabatt. Oder sind es spezielle Spezialforschungen, spezielle Feldforschungen, die dann zum Globalen gehören. Es gibt auf jeden Fall zwei neue, besondere Edelstein-Pokémon. Gehen wir wieder hier zurück. Gucken wir nochmal da, wir sehen also London, England am 4. und 5. und 6. August. Osaka, Japan für den 5. und 6. August. Weil das beides dasselbe Datum hat, sind die Spielinhalte in den beiden Städten auch ungefähr gleich. Es gibt die gleichen Habitate, es gibt die gleichen Pokémon, die gleichen Shinies. Also gefühlt ist dort alles gleich, ähnelt sich. Man kann ja eigentlich eh nur bei einem von beiden sein. Am 18., 19. und 20. August, New York City, USA. Da ist wieder alles anders als in London und Osaka. Und das Globale ist das weltweite, was euch natürlich am meisten interessiert. Wir fangen mal an mit dem Globalen. Gehen jetzt mal hier drauf. Was ist denn hier global? Da haben wir nämlich auch wieder einen extra Screen. Das ist der Screen fürs Globale. Hier ist jetzt der Kopf von dem Typenstück weg. Das interessiert aber nicht, mehr ist er nicht. Wir sehen hier einen Bruder Landa. Wir sehen einen Pikachu mit irgendeiner Krone auf. Wir sehen einen Kommanduta und einen Pachirizo. Wasapf ist da. Chalellos sind ein paar zu sehen hier. Hinten ist noch Labras. Ikognito hier oben. Viscora. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Alles in so einer Höhle. Gefällt mir eigentlich. Das müsste das Titelblatt sein für diese Folge. Wenn wir aber runtergehen, was steht jetzt hier noch dabei? Highlights. Die Anzie gibt sein Debüt. Wissen wir ja. Wie laufen die Tage ab? Es sind ja zwei Tage. Samstag und Sonntag. Samstag. Ihr alle könnt während des Go-Fests folgendes genießen. Egal, ob ihr ein Ticket habt oder nicht. Besondere wilde Pokémon erscheinen. Ihr alle könnt besonderen wilden Pokémon in vier einzigartigen Habitaten begegnen, die während des Events stündlich wechseln. Das kennen wir ja auch, dass es also vier Habitate gibt. Das eine Stunde lang ist das. Nach einer Stunde ist alles weg. Dann kommt das. Dann das. Dann das. Das ist alles ohne Ticket möglich. Ohne Ticket. Die Habitate sind für jeden verfügbar. Die Tickets wirken sich theoretisch dann auf den Rauch aus und auf andere Sachen, die wir weiter unten aber auch noch haben. Das erste Habitat ist das Quarz-Terrarium. Hier steht Pikachu mit Quarz-Krone, was shiny sein kann, Skaraborne, Schalellos, östliches Meer, Haspiror. Haspiror wahrscheinlich am uninteressantesten. Pikachu mit der Krone für die Sammler auf jeden Fall ein Muss. Auch in Shiny. Schalellos, östliches Meer, wird neu als Shiny eingeführt. Skaraborne. Wer noch kein Shiny hat, was für die meisten sehr schwierig ist, weil sie ein regionales Pokémon hat, könnte hier zuschlagen, gucken, dass er sich ein so richtig pinkknalliges Skaraborne holt. Ein gutes Skaraborne besorgt. Lauter Skaraborne fängt. Die tauscht im Mirror Trade mit ein paar anderen Leuten, dass ihr XL-Bonbons sammeln könnt. Normale Bonbons, ein Hunderter vielleicht bekommen. Das Ding kriegt auch nochmal eine Mega-Entwicklung. Skaraborne hier als so absolutes Highlight im Quarz-Terrarium. So, wenn wir auf die Pyrridsande gehen, sehen wir Pikachu mit Pyrridskrone. Schon wieder ein Pikachu, wieder mit Kostüm, wieder mit einer Krone. Ansonsten noch Knacklion, Kaumalad, Whatsapp. Hier würde ich wieder sagen, Knacklion ist der Scheißer, weil er hat sein Seaday gehabt. Ist nicht unbedingt nützlich. Mein Libeldra in der GBL habe ich mal gespielt, in der Superliga. Kaumalad hat auch sein Seaday gehabt. Ist trotzdem noch ein gutes Pokémon. Wer da noch keinen Sat, noch ein paar Exemplare braucht, Bonbons sammeln will. Okay, Whatsapp, neues Shiny. Interessiert mich also am meisten. Und natürlich das Pikachu. Bei jeder Kategorie steht auch dabei und weitere Pokémon. Also das ist eigentlich nicht alles. Das sind nur besondere Highlights. Das dritte Habitat ist Malachit, Wildnis, wieder Pikachu mit einer Malachitkrone. Roselia, Kommandutan, hier sind plötzlich nur drei, Kommandutan neu als Shiny. Pikachu neu als Shiny und wird halt dann auch mega selten sein. Also weil man sie nur da bekommt und dann eben nicht mehr. Kommandutan wird ab dann immer Shiny sein können im Spiel. Roselia, würde ich aber nicht mal sagen, dass das so uninteressant ist, weil Roselia trotzdem ein richtig starker Giftangreifer ist. Und auch ein richtig guter Pflanzenangreifer. Kann natürlich auch Shiny sein, wurde zur Safari-Zone Dortmund damals mal eingeführt. Und weitere Pokémon. Hier freue ich mich also auch auf Pikachu, Kommandutan und noch ein paar Roselia-Bonbons mitnehmen. Aquamarinen-Küste ist das letzte Habitat, das vierte Pikachu mit Aquamarinen-Krone. Merrill, Schalellos, westliches Meer. Vizcora, so, Vizcora, neues Shiny. Pikachu sowieso. Schalellos, westliches Meer, auch neues Shiny. Der Stinger ist also Merrill. Sieht halt auch so aus wie ein Stinger. Das sind die vier Habitate. Finde ich bis jetzt interessante Sachen dabei. Für mich auf jeden Fall viel zu holen. Sonntag ist es auch wie immer. Ihr habt gar keine Habitate mehr. Das heißt, die gesamte Dauer des Events, vom Start bis zum Ende, können alle Pokémon querbeet erscheinen, die am Vortag in den einzelnen Habitaten erschienen sind. Wenn euch also was Bestimmtes fehlt, könnt ihr genau danach Ausschau halten. Wenn ihr seht, boah, ich habe alles bekommen. Es fehlt Kommandutan noch als Shiny. Richtet euch danach. Sobald ihr irgendwo ein Kommandutan seht, rennt da hin, drückt das an, guckt, ist es ein Shiny nicht, dass ihr genau die Reste noch zusammenkratzt. Ihr könnt alle während des Go-Festes folgendes genießen, egal ob ihr ein Ticket oder nicht habt. Sonntag, wilde Pokémon, die am ersten Tag des Events erschienen sind, erscheinen auch am Tag danach. Am zweiten Tag des Events gibt es außerdem keine wechselnden Habitatstunden, weshalb diese Pokémon jederzeit erscheinen können. Meistens nutzen die Leute den ersten Tag halt für die Shiny-Suche und den zweiten Tag dann zum Raiden. Manche Raiden auch den ersten und den zweiten Tag. Boni und Inhalte. Für alle, auch ohne Ticket, gleich, sind diese Boni. Log-Module halten während des Events eine Stunde lang an. Das ist okay, normalerweise eine halbe Stunde, dann eine Stunde. Ihr könnt an Feldforschungen rund um die verschiedenen Pokémon-Habitale teilnehmen. Von Samstag, den 26. August, 0 Uhr bis Sonntag, den 27. August, 23,59 Uhr, wird das Fanrate-Limit auf 20 pro Tag erhöht. Also statt 5 Fanrates pro Tag dürft ihr dann 20 machen, was halt mega teuer wird. Das sind dann 40 Euro theoretisch für 20 Fanrates. Macht während des Events Schnappschüsse, vielleicht passiert dann etwas Überraschendes. Vielleicht ist da wieder ein Rothaum drin, das sieht man ja oft bei den Go-Festen. Ansonsten, weiß ich nicht, ist das halt jetzt nicht viel, nicht krass, aber es ist kostenlos. Denn zu den kostenpflichtigen Boni, die beim Ticket dabei sind, kommen wir dann auch noch. Es gibt auch wieder ein T-Shirt zum Go-Fest 23. Und Pupsi hat mir gestern gestanden, weil wir hatten gestern Jahrestag, weil ich ihr ein Ticket gekauft habe, noch für das Go-Fest. Ja, dann haben wir noch keins. Habe ich ihr das geschenkt? Wie romantisch hat sie gesagt, sie hat mir ein T-Shirt bestellt zum Go-Fest. Obwohl man jetzt noch nicht mal weiß, wie das aussieht. Das Motiv ist noch nicht bekannt, man weiß nicht, wie das aussieht. Sie hat gesagt, sie hat aber eins bestellt. Beziehungsweise hat sie zwei bestellt, eins in der XL und eins in der XXL, weil sie gesagt hat, sie weiß nicht, ob mir die XL überhaupt noch passt. Das ist schön, oder? So. Exklusive Ticket-Inhaber jetzt. Wenn ihr ein Ticket habt, bekommt ihr also das. Diese Spezialforschung mit Dian C. Die gibt es halt nicht ohne Ticket beim Go-Fest. Aber irgendwann nach dem Go-Fest gibt es vielleicht eine kostenlose Forschung, wo man Dian C bekommt, weil das eh irgendwann für alle freigeschalten wird. Jetzt aber mit Ticket kriegt ihr direkt die Forschung, wie ihr Dian C erhaltet. Arena der globalen Herausforderungen. Während jeder Habitatstunde am Samstag können Ticket-Inhaber auf der ganzen Welt zusammenarbeiten, um eine Herausforderung zu bewältigen. Wenn diese Herausforderung rechtzeitig gemeistert wird, erhalten Ticket-Inhaber für den Rest der Stunde einen besonderen Bonus. Das kennt man ja auch, dass zum Beispiel da steht, Trainer macht eine Million gute Würfe und ihr habt eine Stunde Zeit in diesem Habitat. Und wenn nach zehn Minuten diese Würfe voll sind, sind die restlichen 50 Minuten dann dreifache Fang-EP aktiv. Oder dreifacher Fangstaub aktiv. Oder vierfache Kosten an Fan-Rates aktiv. Also, weiß ich nicht irgendwas. Rauchbegegnungen, jetzt kommt's. Nämlich, was so besonders noch am Ticket ist. Wenn ihr ein Ticket gekauft habt, erscheinen die folgenden Pokémon häufiger, wenn ihr während des Events Rauch, tägliche Abenteuerrauch ausgenommen, verwendet. Nachdem schillernde Ikognito M bei den Pokémon Go Events in London, Osaka und New York City zum ersten Mal erschienen sind, geben sie nun ihr weltweites Debüt. Das heißt, das M ist komplett neu. Den Buchstaben gab's zwar schon, aber noch nicht als Shiny. Die Buchstaben von Ikognito ergeben diesmal wohl das Wort Diamond. Also wie Diamant, aber Diamond auf Englisch. Und es gibt ein Ausrufezeichen. Aber nur bei Osaka, London und New York. Beim weltweiten wohl nicht. Ihr habt trotzdem aber D, I, O, M, A, N. Und M, neu als Shiny. Im Quarzterrarium könnt ihr alle Buchstaben bekommen. Die können alle Shiny sein. Und es gibt die Suifucano aus dem Rauch. Rauch also wichtig. Immer Rauch anmachen. Die Suifucano finde ich gut. Habe ich damals in den 7 Kilometer Eiern verpasst. Jetzt dann also aus dem Rauch fangen für ein paar Bonbons. Vielleicht noch für ein gutes. Schmeckt. Pyritsande. Da gibt es auch wieder die Ikognitos. Plus Gladiantri. Gladiantri gibt's nur aus den 12 Kilometer Eiern. Kann Shiny sein. Haben noch nicht so viele Leute. Könnt ihr hier mit einer erhöhten Rate, mit einer erhöhten Shiny Rate, aus dem Rauch ziehen. Sogar noch interessanter als das die Suifucano, weil das ja doch nicht Shiny sein kann. Malachit Wildnis. Gibt es Ikognitos plus Venufliebis. Wer also das Venufliebis noch nicht hat, ein regionales oder noch Bonbons braucht oder irgendwas, freut sich auf das Wildnishabitat. Da hat noch ein regionales hier reingepumpt. Und bei der Aquamarienküste wieder Ikognito plus Pachirisu. Habt also immer Rauch an. Wenn ihr seht, überall sitzen plötzlich Regionale rum, dann freut euch ein Ast. Exklusive Boni mit Ticket. Mit Ticket. Mit Ticket habt ihr eine erhöhte Chance auf schillernde Pokémon. Nicht ohne. Mit Ticket habt ihr bis zu 6 Spezialtauschs pro Tag. Nicht ohne. Schließt Sammlerherausforderungen rund um die Habitate ab, um Fortschritt bei eurer Top-Sammler-Medaille zu machen. Ja, gibt ja sowieso meistens für jedes Habitat eine Fang-Herausforderung. Dann gibt es meistens noch eine Tausch-Herausforderung. Dann gibt es meistens noch eine Entwicklungs-Herausforderung. Also kann man viel auf die Medaille drauf packen. Bis zu 9 zusätzliche kostenlose Raid-Pässe von Arenen. Wenn das Ticket 14,99 Euro kostet und ihr 9 Pässe kriegt, dann kriegt ihr ja theoretisch 9 Euro schon wieder zurück, die ihr nutzen könnt, ohne nochmal was auszugeben. Dann kostet das Ticket also eigentlich nur 5,99 Euro für 2 Tage Spielspaß, Shinies, Spezialforschung, Regionale. Und das ist doch eigentlich ein angenehmer Preis, oder nicht? Wenn man es mal so rechnet. Besondere 7-Kilometer-Eier. Äh, ja, weiß ich nicht, was da drin ist. Da muss noch was angekündigt werden. Und ansonsten war das alles zum globalen Go-Fest. Also ich freue mich auf die vielen neuen Shinies. Ihr freut euch sicherlich auch auf die vielen regionalen Pokémon. Und lustig wird es, die ganzen Pikachus wiederzubekommen. Jetzt könnt ihr das Video ausmachen, wenn ihr das Globale nur spielt und euch für nichts anderes interessiert. Ansonsten guckt mal jetzt mal bei London rein. Wie sieht es denn in London aus? Wenn wir auf London klicken, haben wir hier diese schöne grüne Parklandschaft. Hier fliegt ein Aerokackspül rum mit einer Tasche um den Hals. Hier liegt ein Relaxo. Da sind die Kognito in der Telefonzelle. Ist ein Ausrufezeichen versteckt. Hier sitzen die kleinen D-Dennis. Hier ist dieser blöde Sandy-Pete-Wurm-Tausendfüßler. Hier oben ist ein Simbularer. Hier habt ihr Lil-Minif. Das deutet doch schon drauf hin, irgendwas muss dann wieder shiny sein. So, auf der Seite gibt es ansonsten nichts weiter Interessantes zu entdecken. Aber, wenn wir hier im Reiter weitergehen, das ist nämlich ein bisschen verzwickt, wenn man sich das nicht direkt anguckt, seht ihr hier auch die Highlights. Also auch wieder die Spezialforschung mit Dianzi. Und dann gibt es natürlich auch hier Habitate. Dunkler Dschungel. Dunkler Dschungel. Scaraborn, Vipitis, Aragua, Irbis. Und ihr seht, bei Aragua ist ein shiny Symbol dran. Aragua wird auch hier neu als shiny eingeführt. Feengarten. Ja, reicht das schon? Ich meine, ich habe vorhin schon über Scaraborn so geschwärmt. Also Scaraborn einfach nur mega genial und heftig. Auch hier in den Habitaten. Dunkler Dschungel verbreitet. Scaraborn, Käfer, Vipitis, Schlange, Aragua, Spinne, Kürbis. Das passt auf jeden Fall alles zusammen. Aragua neu. Feengarten. Hammer, Tuscar, Lilminip, Parfi, Dedenne. Dedenne gibt es schon als shiny. Tuscar, Parfi auch. Lilminip wird neu als shiny eingeführt. Ansonsten Feengarten. Ja, da ist viel Grünzeugs dabei. Oder halt Feen-Pokémon. Das passt auch irgendwie. Wer noch kein Tuscar bekommen hat, dieser braune Kaktus dann. Lilminip, halt interessant, weil es neu ist. Hypnotischer Gletscher. Galapandimos, Relaxo, Formio, Pygraulon. Pygraulon, Formio in der Schneeform war das letzte Formio, was mir noch gefehlt hatte, ich mittlerweile bekommen habe, aber meiner Meinung nach am schwersten ranzukommen. Formio gab es schon als shiny. Pygraulon, weiß ich gerade gar nicht. Pygraulon gab es auch schon als shiny? Wenn was falsch ist, sagt Bescheid. Relaxo, normales Relaxo, weiß ich nicht. Auf der Wiese liegt ja das Relaxo. Hat das vielleicht doch was mit Pokémon Sleep zu tun? Dann gibt es vielleicht doch liegende Relaxo, die im Beutel auch liegen. Das wäre richtig cool. Das war wahrscheinlich nur eine Wunschvorstellung. Relaxo hier also auch als shiny da. Und Galapandimos, Galapandimos wird für viele das Highlight sein. Gab es schon als shiny, wurde damals mal eingeführt. Man musste ein Ticket kaufen, dann gab es so Galapandimos. Dann haben sie es in den Feldforschungsdurchbruch gepackt mit shiny Einführung. Und bei den besonderen Raids vor Ort, die man bei den Elite Raids oder so machen konnte, sind ja um die Arena dann besondere Pokémon erschienen. Da sind auch unter anderem mal Galapandimos drumherum gewesen, die auch shiny sein konnten. Ist aber für viele noch was, was sicherlich fehlt. Galapandimos, shiny im hypnotischen Gletscher. Dann Vulkaninsel, das sieht richtig brutal aus. Da Aero-Kack-Sprühl mit Tasche, was besonders sein wird. Gehweiher, shiny, Vermicula, shiny, Lucario, shiny. Wilde Lucario. Shiny Lucario in der Wildnis fangen. Brutal. Leute, was geht ab? Das ist richtig heftig. Stellt euch vor, ihr kriegt ein hundertprozentiges shiny Lucario in der Wildnis. Ich raste aus. So. Alle Habitate steht auch nochmal hier. Neben dem, das ist ja aufgehört, das ist ja ein Park. Und in dem Park ist halt in dem Bereich erscheint das die ganze Zeit. In dem Bereich erscheint das, in dem das. Da ist es nicht, dass er sich stündlich wechselt. Sondern, ihr habt halt diese bestimmten Bereiche. Ihr könnt ja den ganzen Tag Lucario fahren, wenn ihr möchtet. Was während der ganzen Dauer aber auch erscheint, ist Pikachu mit Amethyst-Krone. Icognito A, D, I, M, N, O und das Ausrufezeichen plus Symbolara. Weitere Inhalte. Goshen-Abschlüsse, Feldforschungen, Sammler-Herausforderungen, Gameplay in der Stadt. Ja, brauchen auch nicht Boni-Inhalte. Halbierte Schlüpft-Distanz, sechs Spezial-Trades, weniger Staub fürs Tauschen, doppelte Fangbonbons, neun kostenlose Pässe. Das ist also London. Auch wieder neue Shinies dabei, die wir vorhin nicht gesehen haben. Osaka müsste jetzt, glaube ich, das gleiche haben. Schauen wir mal. Wenn wir auf Osaka gehen, sehen wir hier auf der Karte auch hier oben Symbolara rumfliegen. Hier sehen wir diese blöde Spinne. Wir sehen einen Pikachu wieder mit einer Krone. Lucario läuft hier durch. Ähm, da oben ist ein Glurak. Was macht Glurak da? Wir wissen es nicht. Hier auch Park-Gegend. Okay, gehen wir auf Event-Gameplay. Gucken wir uns hier die Habitate an, ob die wirklich genau so sind. Ansonsten in Osaka auch natürlich Spezialforschung mit Dian-C. Habt ihr also auch Dunkler Dschungel als Habitat mit den vier Pokemons. Scaraborn, Arakwa, Highlights. Feengarten, Lilminip, Highlight. Hypnotischer Gletscher, Galapandimus, Highlight, Formio, wer noch keins hat. Vulkaninsel, Kacksprühl mit Tasche, Lucario. Alle Habitate. Auch wieder diese Amethyst-Krone. Also wenigstens da gibt es nichts anderes. Inhalte hier dürften weiter auch genauso sein. Gameplay in der Stadt, hin und her. Dieselben Boni. Also ihr seht, die zwei Feste. London und Osaka sind wirklich komplett identisch. Kommen wir noch nach New York. Gucken wir uns da das Titelbild an. Hier oben fliegt ein Dragoran. Hier ist auch wieder ein Simbulara. Hier liegt schon wieder ein Relaxo. Hier ist das Ding, was sie noch einführen wollen in Feldforschungen. Hier sehe ich ein Golbit. Hier ist ein Palim-Palim. Da ist schon wieder ein Ausrufezeichen. Knils, Kapils. Da sind ein paar Männchen. Okay, schauen wir mal hier aufs Gameplay, was es hier noch gibt. Und wie hier die Habitate heißen. Die Jansi in der Spezialforschung. Passt und jetzt. Prähistorischer Vulkan. Das erste Habitat. Kacksprüh mit Tasche. Flambion, Flapterix, Milza. Milza eigentlich cool, aber Milza kriegt ja eh sein Seeday jetzt und ist dann für die meisten komplett uninteressant. Flambion, mega starkes Feuer-Pokémon immer noch. Gönnt euch. Ist aber als Shiny jetzt nicht so selten. Hat schon diverse Events hinter sich. Also Kacksprüh passt. Flapterix gab es immer nur aus Eiern in einem Event. Wild ist das so selten mal anzutreffen. Flapterix wäre auch noch ein seltenes Pokémon, was hier... Einfach gut zum Habitat passt und mit Aero-Kack-Sprüh auf einem Level steht, sage ich. Gift-Sumpf. Pyonscora, Toxiped, Algit und FM. Pyonscora sieht sehr nett aus, Toxiped haben wir schon, Algit ist glaube ich neu, oder? Bis jetzt haben wir noch keinen Shiny Algit. FM. Auch cool. Ja, Algit für mich hier Highlight. Wirkt aber insgesamt ein bisschen schwächer als prähistorischer Vulkan. Der Gift-Sumpf. Dann haben wir verfluchte Schätze. Zobiris, Palimpale, Makabaya, Golbit. Zobiris, mega Entwicklung. Makabaya, sonst nur zu Halloween rum. Palimpale, mega viel Staub. Gab es aber auch schon zum Go-Fest. Wer noch keinen Shiny hat, schlägt hier nochmal zu. Golbit-Geist. Ist als Krypto-Golbit eigentlich sehr gut nützlich, auch als Bodenangreifer. Wird neu auch als Shiny eingeführt, dann. Ist also auch ein Highlight. Das ist eigentlich cool, weil hier ein starkes Pokémon für Mega-Entwicklung. Hier ein guter Angreifer auch für Boden, wenn ihr es als Krypto habt. Ein paar Bonbons machen könnt, hier ein Shiny sammeln könnt, hier eine Staubmaschine. Und da was selten ist, also verfluchte Schätze. Gefällt mir auch besser als Gift-Sumpf. Spottfeld. Kikli, Nocchan, Capoeira, Makuhita. Ja. Ich glaube, Kikli, Nocchan, Capoeira. Machst du halt nichts mit. Makuhita. Hariyama ist okay. Krypto-Hariyama noch besser. Aber mein Favorit ist immer noch Maromai. Und weitere Pokémon. Vielleicht ist ja doch auch noch ein Macholo dabei. Hier aber nichts Neues drin. Also Spottfeld leider auch ein bisschen enttäuschend. Da ist, glaube ich, Gift-Sumpf sogar noch besser. Und alle Habitade wie der Pikachu mit Amethyst-Krone. Die ganzen Icognitos und Symbolara. Ansonsten nur kleine Änderungen in den Habitaten. Aber das ist auch gleich. Nicht, dass es nochmal eins gibt. Sammler-Herausforderungen, Goshen-Abschlüsse, Feldforschungen. Dann habt ihr genau die zwei hier aufgelistet. Ja, das sind die zwei Neuen. Da sieht man es auf dem Foto. All geht eben um Goldbild. Und die Boni. Auch wieder halbierte Schlüpfdistanz für Eier. Sechs Spezial-Trades. Weniger Staub fürs Tauschen. Doppelte Fangbonbons. Neun kostenlose Rate-Passe. Das war auch das Ganze für New York City. Jetzt kann ich das hier wieder wegmachen, wenn ich auf F11 drücke und euch sagen, es gibt auch noch so eine Übersicht. Jetzt drücken wir das F11 wieder an. Es gibt auch so eine Übersicht noch. Die kann ich ja beim Erscheinen des Videos nochmal in den Community-Tab posten. Da seht ihr im unteren Bereich für 14,99 das globale Ticket. Und was beim globalen Ticket dabei ist. Die Boni aufgelistet. Wie viele Pässe man da hat. Was mit den Eiern ist, wenn man ein Ticket hat. Was aus dem Rauch hier kommt. Welche Habitate vorliegen. Mit welchen Pokémon. Welchen Shinies. Welche Shinies generell neu sind. Habt ihr hier auch Bilder dazu. Ist vielleicht dann ziemlich klein. Aber mit Ranzoom und so weiter könnt ihr das trotzdem machen. Und hier oben habt ihr London-Osaka das Datum. New York das Datum. Und habt nochmal aufgelistet, was hier auch dabei ist. Bei den anderen. Die ganzen E-Cognitos. Die neuen Kostümierten. Das Regionale. Und hier die Habitate. Hier die Habitate. Ist also eigentlich alles übersichtlich dabei. Also diese Übersicht werde ich auch nochmal in den Community-Tab posten. Das war es. Jetzt 25 Minuten. Mega ausführliches Video. Auch mit Meinung gleich dazu. Und allem drum und dran. Hier sehen wir auch die Shiny-Varianten von Golbit. Golbit, Algit, Algit Blau. Golbit, er geht ins Grünliche. Lilminim, ein bisschen heller. Und die Spinne, die sieht ja richtig scheiße aus. Gut. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Freut ihr euch aufs Go-Fest? Aufs Globale? Habt ihr Bock? Schreibt es mal in die Kommentare. Wir sehen uns heute Abend in der Raid Mania. 18 Uhr. Und morgen gibt es dann Raid am Mittwoch mit den Highlights der Woche. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Bis zum nächsten Mal.